Mach dir wegen Hubertus keinen Topf? Hubertus? Hubertus, nein. Ach, dein Chef, ja. Mach dir wegen Hubertus keinen Topf? Hubertus? Hubertus, nein. Ach, dein Chef, ja. Jetzt manchmal ist das Ja, das darfst du nicht, also nicht. Na, Alter. Oh, shit. Kommst du? Danke. Immer noch nicht aufgreifen? Kennen wir uns? Ja. Immer noch nicht aufgreifen? Kennen wir uns? Spitze, schnell. Ja, klar. Ich hätte dich fast nicht wiedererkannt. Ich meine, dem Outfit. Warum sollte ich mit dir essen gehen? Doch. Doch, hör malлин. Ich沒有 SHE4 auf dem marathon.